YouTube Money going crazy, ja Bro. Also ich sag's mal so, die letzten Jahre ist wirklich noch mal besser geworden als die Jahre davor, muss man auch so sagen. Aber am Ende des Tages, Leute, das sag ich ja auch immer wieder, es ist geil, YouTube klar, es läuft alles gut, alles ist geil. Aber man darf auch nie vergessen, wie viele YouTuber, die ihr kennt, die waren mal kurz da, haben kurz gutes Geld gemacht und sind aber wieder abgekackt. Es ist halt Risiko. Schau mal, ich sag euch jetzt mal eine Sache, es ist wie bei allem im Leben. Man sagt ja immer High Risk, High Revenue. Also hohes Risiko, hohe Belohnung. Oder nee, nicht Revenue, Reward. High Reward? Ich weiß nicht mehr. Irgendwie so auf jeden Fall hohes Risiko, hohe Belohnung. Es ist einfach so. Wenn man jetzt einen sicheren Job hat, als Beispiel, man nimmt jetzt einen Beamtenjob, wo einem nichts passieren kann, wo man bis an sein Lebensende, bis man in Rente ist, immer schön sein Geld bekommt, dies, das, ananas, dann hast du deine Sicherheiten. Dann sind es vielleicht, sag ich mal, nur 3.000 im Monat oder so, was du dann kriegst. Ich weiß nicht, was verdient ein Lehrer? Ich würde jetzt einfach mal sagen, so vom Ding her. Vielleicht auch hier, keine Ahnung was. Hast aber dein sicheres Einkommen bis an dein Lebensende. Wenn du jetzt selbstständig bist, Arschritze. Es ist einfach so. Ich bin voll dankbar, wie alles gelaufen ist. Aber es hätte bei mir auch anders laufen können. Ich habe ja nach der Schule, ich habe nach der Schule alles auf eine Karte gesetzt, alles auf YouTube gesetzt. Es hätte auch anders laufen können. Sage ich euch ehrlich, wie es ist? Hätte auch damit auf die Fresse fallen können. Das ist das. Merkt euch das. Ich sage euch das, weil ich weiß, das habe ich schon öfter mitbekommen, ob es Lehrer oder Lehrerinnen waren, die mir das mal erzählt haben, dass heutzutage sehr, sehr viele jüngere Leute YouTuber, Blogger, Influencer werden wollen. Und das ist auch cool. Finde ich ja auch schön. Wenn das der Traum von jemandem ist, dann soll er das machen. Ich war auch mal damals so in der Schule gesessen und dachte mir so, das ist mein Traum, ich will das machen. Aber man darf nie vergessen, auch bei mir jetzt, auch selbst bei mir jetzt noch, ist noch Risiko. Weil ich habe auch, wie gesagt, niemanden, der meine Rente später zahlt. Man muss sich selbst absichern. Du musst selbst schlaue Investitionen machen. Wenn du einen Monat weniger machst, wenn du Kacke machst, dann guckt dich niemand mehr. Dieses YouTube-Ding ist schnelllebig. Überlegt mal selbst, Leute. Überlegt doch mal selbst, wie oft hattet ihr das schon mal, dass ihr irgendeinen YouTuber geschaut habt? Als Beispiel, ihr habt den zwei Wochen lang geschaut und dann auf einmal nicht mehr. Ich merke das bei mir selbst, weil YouTube ist so ein Ding, wenn du jemanden schaust, dann wird der immer wieder vorgeschlagen auf der Startseite. Aber wenn du einmal damit aufhörst, dann wird der YouTuber gar nicht mehr vorgeschlagen. Vielleicht kennt ihr das ja. Ihr habt mal eine Zeit lang so einen YouTuber geschaut, dann irgendwie nicht mehr. Man ist schnell weg. Man ist sehr schnell weg. Wie gesagt, zum Thema YouTube, ob ihr mal YouTube machen wollt. Ich denke mal, auch der ein oder andere, der mir jetzt hier gerade zuschaut, denkt sich vielleicht, hey, YouTube ist mein Traum, ich will es machen. Ich sage immer zu jedem, YouTube ist kostenlos und wenn das dein Traum ist, Bro, dann setz dich hin und mach das. Versuch es. Aber ich würde nicht alles darauf setzen. Und wenn man es macht, dann denkt immer dran, es kann auch nicht klappen. Und dann steht ihr am Ende ohne was da. So ist das halt. Aber es ist, wie gesagt, bei allem im Leben so. Es ist immer, umso höher das Risiko, desto höher ist die Belohnung. Und am Ende des Tages, wenn man einen normalen, sicheren Job hat, kauft man sich Sicherheit. Am Ende des Tages, man kriegt vielleicht weniger Geld raus, hat aber mehr Sicherheit. Das schwankt immer so. Sicherheit, was man rauskriegt, ist einfach so. Naja, Leute, kleiner Real Talk. Aber ich wünsche euch natürlich allen, dass ihr immer alle eure Ziele erreicht und dass alle eure Träume in Erfüllung gehen. Aber ich sage euch nur, man darf das nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal.